Herzlich willkommen zum IMOX-Kurs Elektroschutz im Auftrag unserer Sicherheit. In dieser Einheit werden die Wirkungen von Gleichstrom auf den menschlichen Organismus behandelt. Der zweite Teil dieses Videos beinhaltet Erkenntnisse eines aktuellen Forschungsprojektes zu den Wirkungen von Gleichströmen. Kommen wir nun zur Übersicht, was uns in der heutigen Lektion erwartet. Die Wirkungen von Strömen auf den menschlichen Körper unterscheiden sich je nach Stromform. Heute beschäftigen wir uns mit den Wirkungen und Grenzwerten gemäß Norm für den Gleichstrom DC. Die Wirkungen von sinusförmigen Wechselstrom im Bereich von 15 bis 100 Hertz wurde bereits in einem vorangegangenen Video im ersten Teil des MUX im Detail behandelt. Hier zu nennen sind noch Wechselströme höherer Frequenz und impulsförmige Ströme. Auf diese wird in diesem Video nicht im Detail eingegangen. Da es in der Vergangenheit nur wenige Messungen und Analysen zu den Wirkungen von DC gab, besteht hier erhöhter Forschungsbedarf. Deshalb wird Herr Michael Koch im zweiten Teil des Videos das Forschungsprojekt Körmit vorstellen. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von DC in den letzten Jahren werfen wir als erstes einen Blick auf die Statistik der Elektrounfälle. Hier speziell auf die Gegenüberstellung der Unfälle, welche laut der Elektrounfallstatistik der Kategorie Wechselstrom AC bzw. der Kategorie Gleichstrom DC zugeordnet sind. Die Statistik der Elektrounfälle der letzten Jahre zeigt, dass trotz eines Anstieges der DC-Unfälle im Jahr 2019 die Anzahl der Elektrounfälle und die Letalität bei Unfällen mit Gleichstrom geringer ist als bei Wechselstrom. Ein genauer Blick auf das Jahr 2019 zeigt, dass es bei einer Gesamtanzahl von Gleichstromunfällen in der Höhe von 19 ein Unfall tödlich verlief. Dem gegenüber stehen 134 Unfälle, welche der Kategorie Wechselstrom zuzuordnen sind. Dabei verliefen tragischerweise sieben tödlich. Wie die Statistik der Elektrounfälle zeigt, ist die Letalität bei Gleichstrom geringer als bei Wechselstrom. Die Gefahr des Herzkammerflimmerns ist allerdings auch bei Gleichstrom gegeben und die Hauptursache für einen tödlichen Ausgang. Die Ursache der Wirkungen von unterschiedlichen Stromformen auf den Menschen ist auf grundlegende physiologische Prozesse zurückzuführen. Auch die Schwere bzw. der Ausgang eines Unfalls hängen neben den Einflussfaktoren wie Höhe, Berührungsfläche, Stromweg etc. von der Stromform ab. Kommen wir nun zu konkreten Anwendungsfällen von Gleichspannung im Alltag. Gleichstrom galt in der Vergangenheit im Vergleich zu Wechselstrom als ungefährlicher. Dies ist einerseits dadurch begründet, dass in der Vergangenheit weniger Anwendungsfälle dazu vorlagen bzw. die Anwendungsfälle waren auf Spezialgebiete beschränkt. Hier ist beispielhaft die Anwendung im Bergbau zu nennen. Aus den Untersuchungen der Vergangenheit geht hervor, dass eine Loslaschwelle bei DC vermutlich nicht existiert. Vermutlich deshalb, da die Untersuchungen in der Vergangenheit mit geringen Betriebsspannungen durchgeführt wurden, heute jedoch höhere Spannungen vorliegen, kann diese Aussage nicht mehr verallgemeinert werden bzw. muss nochmal im Detail analysiert werden. Die Zunahme von Gleichspannungsanwendungen mit hohen Betriebsspannungen steigt stetig. Hier zum Beispiel in BV-Anlagen, im Batteriespeicher, aber auch in der Elektromobilität, welche sehr nahe an den Anwender rückt. Der Forschungsbedarf ist, wie bereits erwähnt, zu den Wirkungen von Gleichströmen auf den Menschen gegeben, aber auch deshalb, da die Norm von einem gekletterten Gleichstrom ausgeht. Heute kann man nicht mehr von einem gekletterten Gleichstrom sprechen, da der Strom aus elektronischen Komponenten wie zum Beispiel aus Brückengleichrichtern bereitgestellt wird. Für die Wirkung von Gleichstrom ist die Stromdichte und die Berührungsfläche ausschlaggebend. Als Wirkungen werden in der Norm die hier aufgelisteten genannt. Wärmeempfindung, Strommarken, Verbrennungen, Schwindelanfälle, Bewusstlosigkeit, Elektroboration, traumatische Verletzungen, Herzrhythmusstörungen. Elektroboration kann vereinfacht durch eine reversible Durchlöcherung der Zellmembran beschrieben werden. Liegt an einer Zellmembran eine hohe Spannung an, wird diese löchrig und kann die Zellmembran zerstören. Das ist vergleichbar mit dem Platzen einer Seifenblase mit einer Nadel. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die wissenschaftliche Untermauerung dieser Effekte nur selten gegeben ist oder viele Fragestellungen offen sind. Nicht angeführt ist hier das Herzkammerflimmern. Herzkammerflimmern ist aber auch bei Durchströmungen mit Gleichstrom nicht ausgeschlossen. Wie bereits zuvor erwähnt, besteht die Loslassschwelle bei DC vermutlich nicht. Daher wird in diesem Video nochmals auf Wahrnehmbarkeits- und Reaktionsschwelle speziell bei Gleichstrom eingegangen. Die Wahrnehmbarkeit sowie die Reaktionsschwelle hängen von der Berührungsfläche, den Bedingungen wie Trockenheit, Feuchte, Druck und Temperatur ab. Ebenso spielt, wie auch bei Wechselstrom, die Durchströmungsdauer und die physiologischen Eigenschaften der Person eine wesentliche Rolle. Bei Gleichstrom wird im Vergleich zum Wechselstrom nur der Beginn und eine Unterbrechung des Stromflusses empfunden. In der Norm wird angeführt, dass die Reaktionsschwelle bei etwa 2 mA liegt. Wie bereits im Video zu den Schwellwerten von Wechselstrom beschrieben, wird die Schwelle des Herzkammerflimmerns von physiologischen Einflüssen wie Körperbau, Herzfunktion, aber auch von elektrischen Parametern wie der Durchströmungsdauer, dem Stromweg etc. beeinflusst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei DC zu Herzkammerflimmern kommt, ist bei einer Längstdurchströmung, das heißt bei einer Durchströmung längst durch den menschlichen Körper, zum Beispiel von einer Hand zu den Füßen, größer als bei einem quer durch den Menschen fließenden Strom, der Querdurchströmung. Die Schwelle des Herzkammerflimmerns liegt gemäß Norm zwei bis viermal so hoch als die Flimmerschwelle bei Wechselstrom. Forschungen dazu werden im Rahmen des Projektes Kermit durchgeführt. An dieser Stelle wird auf die Zeit Stromstärkebereiche bei Gleichstrom eingegangen. Die Bereiche bei Wechselstrom wurden in einem vorangegangenen Video im ersten Teil des MOOCs im Detail behandelt. Im Bereich bis zur Grenzlinie A bei 2 mA, hier in grün strichliert eingezeichnet, können leicht stechende Empfindungen beim Ein- und Ausschalten oder bei einer schnellen Änderung des Stroms auftreten. Im Bereich über der Grenzlinie A bis zur im Blau strichliert eingezeichneten Grenzlinie B können unwillkürliche Muskelkontraktionen besonders beim Ein- und Ausschalten des Stroms auftreten. Üblicherweise kommt es in diesem Bereich zu keinen schädlichen physiologischen Wirkungen. Im Bereich der Grenzlinie B bis zur Grenzlinie C1, hier in orange strichliert, dargestellt, können starke unwillkürliche Muskelkontraktionen und reversible Störungen der Reizleitung im Herzen auftreten. Prinzipiell sind jedoch keine organischen Schäden zu erwarten. Die Flimmerschwelle von DC besitzt wie bei AC eine obere und untere Grenze. Die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern steigt mit der Durchströmungszeit, das heißt, umso länger der Strom anliegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Herzkammerflimmern auftritt. Über der Grenzlinie C1 können pathophysiologische Wirkungen wie Herzstillstand, Atemstillstand, Verbrennungen oder Zellschäden auftreten. Ab C1 steigt die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern ansteigend mit der Stromstärke und der Durchströmungsdauer. Im Bereich von C1 bis C2 liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Herzkammerflimmern auftritt, bei etwa 5%. Im darüberliegenden Bereich von C2 bis C3 liegt die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern bereits bei etwa 50%. Über der Grenzlinie C3, hier in dunkelrot strichliert eingezeichnet, liegt die Wahrscheinlichkeit von Herzkammerflimmern bereits über 50%. Neben Wechsel- und Gleichstrom werden in der Norm unter anderem noch folgende Stromformen behandelt. Wechselströme mit höheren Frequenzen, Wechselströme mit Gleichanteil, impulsförmige Ströme, zum Beispiel in Form von Kondensatorentladungen, Mischsignale, zum Beispiel Ströme aus Phasenanschnittsteuerungen. Die Gefahren, verursacht durch die oben genannten Ströme, wurden in der Vergangenheit teils nur recht spärlich erforscht. Auch hierauf muss in Zukunft ein größeres Augenmerk gelegt werden. Kommen wir nun zur Zusammenfassung über die Wirkungen von Gleichstrom auf den menschlichen Organismus. Wie zuvor erläutert, können schmerzhafte Muskelkontraktionen oder die Wahrnehmung von Druck- und Wärmegefühl auch bei Gleichstrom auftreten. Die Gefahr, dass Herzkammerflimmern auftritt, ist auch bei Gleichstrom gegeben. Zukünftig ist davon auszugehen, dass Gleichstrom vermehrt Anwendung finden wird. Besonders der Einsatz von Gleichspannungen weit über 200 Volt muss genauer betrachtet werden. Wesentlich dabei ist, dass Normen und regulative Vorgaben künftig an die neuen Anforderungen angepasst werden müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort nun an Herrn Michael Koch, welcher über das Forschungsprojekt CERMED berichten wird. Mein Name ist Michael Koch, ich bin von der Firma ITEN Österreich und darf Ihnen das Forschungsprojekt CERMED vorstellen. Das CERMED-Projekt ist ein FFG-gefördertes Forschungsprojekt, in dem wir uns mit dem strominduzierten Herzkammerflimmer beschäftigen. Der Grund, warum wir das machen, liegt darin, dass Experimente alte, teilweise auch alte Experimentalmethoden verwendet haben, die der heutigen Zeit nicht mehr gerecht werden. Wir haben heute viel Leistungselektronik in Verbrauchern und Industrieanlagen, welche dazu führen, Ableitströme ungleich 50 Hertz zu erzeugen, beziehungsweise aufgrund der Thematik der E-Mobility und der Thematik der Photovoltaikanlagen auch Gleichströme erzeugen können. Wir haben uns daher zur Aufgabe gemacht, diese Effekte dieser ungleich 50 Hertz Frequenzen sowie Gleichströme auf das menschliche Herz zu untersuchen. Das Projekt unterteilt sich in vier Teile. Im ersten Teil Experimente am schlagenden Kaninchenherzen durchgeführt. Ich weise darauf hin, dass wir hier die entsprechenden Ethikrichtlinien durchlaufen mussten, die sehr hohe Standards haben. Das äußert sich darin, dass die verwendeten Kaninchen die gleiche Anästhesieprozedur untergehen wie ein Mensch. An den extrahierten Herzen werden dann Stromexperimente durchgeführt, wo wir eben versuchen, bei verschiedenen Frequenzen Herzkammerflimmer-Schwellen zu messen. Danach, wenn wir die Werte am Kaninchenherzen haben, müssen wir diese Werte aufgrund physiologischer Betrachtungen und mathematischer Methoden auf den Menschen übertragen. Nach dieser Phase haben wir die kritischen Werte bei verschiedenen Frequenzen bzw. bei Gleichstrom am menschlichen Herzen. Da wir aber in einer Unfallsituation im Realen interessiert sind, müssen wir auf den Gesamtkörper hochrechnen, was durch eine Finite Differenzenmethode, ein spezielles Computerprogramm, das dies leistet, erfolgt. Am Ende gibt es eine mathematische Simulation und eine mathematische Modellbildung, die von der Zellebene über das Herzgewebe bis zum Ganzkörpermodell geht, wo wir Daten und Prinzipien versuchen zu erforschen, um nicht immer wieder diese Experimente am Herzen durchführen zu müssen. Der Outcome des Projektes ist zum einen die Erhöhung des Sicherheitslevels in elektrischen Anlagen, zum anderen natürlich die Verbesserung nationaler und internationaler Standards und schlussendlich, um eine Grundlage zu schaffen für eine Produktentwicklung für zum Beispiel Viehschutzschalter, die diesen neuen Anforderungen genügen. Wenn wir uns hier einmal das Experiment ansehen, die Experimente wurden von Iden Wien durchgeführt, zusammen mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft für Kardiopaskuläre Forschung am AKH Wien. Im Bild sehen wir an der linken Seite das sogenannte Working-Hard-Modell. Da kann dann das Herz drinnen für vier bis fünf Stunden schlagen und bestromt werden. Auf der rechten Seite sehen wir die komplette Messapparatur, die die Vitalwerte und charakteristischen Parameter des Herzens misst und auch die Stimulationen ausgibt. Schauen wir uns nun einmal ein Experiment an. Wir haben verschiedene Parameter. Wesentlich hierbei ist die gelbe Linie, die die Stimulationsevents anzeigt und die rote Linie, die den Herzdruck anzeigt. Wenn wir uns die rote Linie anschauen, so sehen wir bei einem hohen Hub der Amplitude, dass das Herz imstande ist, einen großen Druck aufzubauen und das Blut in den Körper zu pumpen. Wenn es runter geht und der Hub an sich klein wird, kommt es zu keinem ausreichenden Blutauswurf in den menschlichen Körper. Wenn wir uns die ersten vier Experimente anschauen, die ersten vier Experimente zeigen, dass das Herz nicht wesentlich darauf reagiert. Das Herz hat eine Reaktion auf den Stromimpuls. Es führt aber nicht zum Herzkammerflimmern. Beim fünften Stimulationsimpuls sehen wir, dass das Herz massiv ins Herzkammerflimmern geht und nach einer gewissen Zeit durch einen Defibrillationsimpuls wieder in den Normalmodus zurückgeht. Das Wesentliche hierbei ist dann die entsprechende Amplitude. Diese Stimulationsevents können Frequenzen ungleich 50 Hertz sein und auch Gleichstromimpulse. Hier exemplarisch einmal das Bild für Wechselstrom. Wir haben hier von 10 bis 10 Kilohertz gemessen und man sieht die verschiedenen Schwellen je nach Frequenz aufgetragen. Aufgrund der Anzahl an Herzen, die wir gemessen haben und der vielen Experimenten hat man hier eine statistische Verteilung. So schaut eben das Herzkammerflimmern aufgetragen über die Frequenz aus. Ähnliche Experimente werden derzeit mit Gleichstrom gemacht, wo man ebenfalls Amplituden, Zeitdauern und An- und Abstiegszeiten des Impulses messen kann. Nachdem wir die Experimente und die Umlegung auf den Menschen gemacht haben, kommen wir zu Ganzkörperexperimenten. Diese werden von Seibersdorf Laboratories durchgeführt und ermöglichen es nun von den Daten, den kritischen Daten am Herzen, auf den ganzen Körper, auf eine gesamte Unfallsituation hochzurechnen. Dazu wird ein verfeinertes Herzmodell verwendet und dann mit einem finiten Elementeprogramm, das Sim4Life heißt, umgerechnet. Und wir sehen im ersten Bild ein Ganzkörperexperiment, wo man die Stromdichten im Körper sieht bei einer Stromkontaktierung von Hand zu Hand. Im untersten Bild eine Auflösung des Herzens und die entsprechenden Stromvektoren darin und in der Mitte das Herausziehen und extrahieren der Werte im Herzmuskel selbst. Abschließend kommen wir zur mathematischen Modellierung, die aus elektrotechnischer Sicht auch sehr interessant ist. Da wir das Herz als elektrisches System betrachten, können wir auch daraus Anleihen nehmen und tatsächlich ist das sogenannte Monodomain-Modell, was eine Reaktionsdiffusionsdifferentialgleichung ist, nichts anderes als eine Extraktion eines Leitungsnetzwerkes. Wir haben diese Gleichung in MATLAB implementiert und man sieht am schwarzen Viereck einen Ausschnitt des Herzgewebes, über den eine elektrische Welle läuft. Überall, wo schwarz ist, ist das Herzgewebe aufnahmebereit. Die gelbe Linie zeigt die elektrische Stimulation des Herzmuskels und dort wird der Herzmuskel kontrahiert. Hier haben wir einen zweiten Herzschlag, was eben zeigt, dass wir eine ebene Ausbreitung über dieses Gewebe haben und setzt nun einen Störimpuls, der zum Beispiel durch einen Stromunfall erzeugt werden kann. Dieser bewegt sich nun entgegen der normalen Kontraktionsrichtung und schließt sich am Ende wieder, um einen neuen Puls auszulösen bzw. eine neue Welle zu initiieren. Das ist das Anfangsmodell des Herzkammerflimmerns. Wenn nun diese Wellen aufbrechen und das ganze System mehr und mehr chaotisch wird, kommt man zum Herzkammerflimmern und das wollen wir eben durch dieses Experiment vermeiden. Diese vier Punkte im Projekt haben wir im Wesentlichen für Wechselstrom bereits abgearbeitet. Wir arbeiten derzeit im Gleichstrombereich und hoffen, auch hier neue Erkenntnisse bringen zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dies war die Lektion über die Wirkungen vom Gleichstrom auf den menschlichen Organismus. Ich rufeett um dieses Gewebe頻道 und qualityrativen Transport li Kry differentetrophäen. Schuss konnte die Lektion nicht nur nach Tipps mitordum, necessarily long 타 shadow der J permits diese Lektion übernummer und partition bab back an. Lektion über die Lektion nicht auf ramp down,